Mein Name ist Miroslav Knežević und ich komme aus Bosnien, aus der Stadt Banja Luka. In meiner Stadt gibt es keinen Skateshop und auch keinen Skatepark. Was ich wollte gerne tun, es ist nicht schwierig für mich. Ich sehe die Umgebung anders, bzw. jede Hügel und jede Kurve stellen für mich eine Art des Ausdrucks. Aus diesem Grund fing ich an, die Grafik für das Skateboard zu machen. Diese Zeichnungen würde ich gerne in der Zukunft auch realisieren. Das ist auch das, was ich durch meine Arbeit vermitteln will. Und dieses Skateboard ist mein Leben.